Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Wie schön, dass Du da bist und dass Du Dir Zeit nimmst zu lauschen. Ich bin Verena König und ich begrüße Dich zu einer neuen Folge, in der es um ein sehr schweres und doch sehr wichtiges Thema geht. In dieser heutigen Folge soll es um Suizidalität gehen. Dieses Thema braucht Aufmerksamkeit, denn es betrifft sehr viele Menschen weltweit und vermutlich auch Menschen in Deinem weiteren Umfeld. Vielleicht kennst Du selbst suizidale Gedanken oder Suizidideen und Suizidalität ist ein Phänomen, das als Traumafolge nicht selten auftritt. Insofern werde ich hier tief eintauchen, mit der Absicht in größtmöglicher Leichtigkeit Wissen und Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Bitte achte beim Hören dieser Folge gut auf Dich und nimm Dir Zeit, um sie in Dir nachklingen zu lassen und gut für Dich zu sorgen. Ich wünsche Dir wertvolle Erkenntnisse und eine liebevolle Zeit beim Lauschen. Bevor ich beginne, Informationen über Suizidalität zu teilen, möchte ich Dich gerne fragen, was dieses Thema in Dir berührt. Als Du den Folgentitel gelesen hast oder vielleicht meine einführenden Worte gehört hast, was berührt dieses Wort in Dir? Suizid, Suizidalität, Suizideen, Suizidgedanken. Vielleicht möchtest Du Dir einen Moment nehmen, um Dir darüber bewusst zu werden, um Dir dessen gewahr zu sein, damit Du Dich selbst gut spüren kannst und vielleicht auch Wertvolles über Dich lernen kannst beim Lauschen und Dich in jeder Sekunde dieses Podcasts selbst gut halten zu können. Zunächst möchte ich eine Definition anbieten, die das Wort Suizidalität beschreibt. Suizidalität ist meistens ein Ausdruck von einer Einengung des Erlebens und des Empfindens durch Belastungssituationen oder körperliche und psychische Störungen. Diese Definition ist ein Zitat aus dem Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie von Urban und Fischer und ich finde diese Definition sehr treffend, weil sie auf den Punkt bringt, dass Menschen, die sich in Lebensgefahr befinden, dadurch, dass sie sich suizidal fühlen, in ihrer Wahrnehmung eben nicht mehr flexibel sind, sondern ihre Wahrnehmung, ihr Erleben und ihr Empfinden ist eingeengt. Entweder weil sie so stark belastet sind in der akuten Situation oder weil sie vielleicht eine körperliche intensive Belastungssituation erleben oder eben weil sie eine sogenannte psychische Störung erleben, also eine psychische Krankheit so genannt haben. Das bedeutet also, dass diese betroffenen Personen nicht die Möglichkeit haben, in diesem Zustand, in dem sie stecken, andere Optionen zu erkennen, andere Möglichkeiten zu sehen. Und sie befinden sich durch diese Einengung in einer Fokussierung auf ihre Wahrnehmung. Für Menschen, die akut suizidal sind, gibt es keine Ressourcen, die verfügbar sind. Sie können auf nichts mehr zurückgreifen, was ihnen Halt gibt oder eine andere Perspektive ermöglicht. Und ihre Stresstoleranz ist ausgeschöpft, beziehungsweise sie haben keine Kompensations- oder Coping-Strategien mehr. Also sie können damit nicht umgehen. Der einzige Ausweg ist die suizidale Handlung, also die einzige Wahrnehmung, die noch möglich ist, ist die eingeengte Wahrnehmung auf den Schritt Richtung Tod. Das mal als eine Definition der Suizidalität. Vielleicht ist es hier auch nochmal hilfreich, sich klarzumachen, dass es die akute Suizidalität gibt, also die Situationen, in der Menschen wirklich ganz direkt in Lebensgefahr schweben, weil sie fast schon entschlossen sind, sich selbst das Leben zu nehmen oder kurz davor sind, sich zu entschließen. Und es gibt auch so etwas wie eine latente, eine chronische Suizidalität, die bei gewissen Krankheitsbildern vorkommt, die wiederkehrend ist, die latent da ist und die Menschen immer wieder in suizidale Krisen stürzt. Das vielleicht auch nochmal zur Differenzierung. Als nächstes möchte ich gerne ein paar Zahlen nennen, weil es mir in diesem Podcast auch darum geht, deutlich zu machen, dass das Thema Suizid kein Randthema ist, das nur ganz wenige Menschen betrifft, sondern dass wir wirklich hier mit einem Thema konfrontiert sind, das ausgeblendet und tabuisiert wird und mit dem wir uns aber auseinandersetzen sollten bzw. man könnte schon sagen müssen, weil es wichtig ist, Suizide erkennen zu können, Suizidprävention zu betreiben und nicht wegzuschauen, sondern da zu sein. Also hier ein paar Zahlen zur Enttabuisierung dieses Themas in unserer Gesellschaft. Wenn wir die gesamte Weltbevölkerung in den Fokus nehmen, dann sagen die Statistiken, dass alle 40 Sekunden ein Mensch an Suizid stirbt, weltweit betrachtet. In Deutschland sterben etwa 12.000 Menschen pro Jahr an Suiziden und diese Zahlen sind schon etwas älter. Ich habe leider jetzt keine ganz aktuellen Zahlen da. Sie schwanken, je nachdem, was in der Welt so los ist. Und in Minuten übersetzt bedeutet das, dass etwa alle 45 Minuten jemand an Suizid stirbt. Deutschland liegt im internationalen Vergleich im Mittelfeld und es suizidieren sich drei bis viermal häufiger Männer als Frauen. Aber Frauen führen etwa dreimal häufiger Suizidversuche durch. Also Männern gelingt sozusagen der Suizidversuch häufiger als Frauen. Suizide nehmen tatsächlich im Alter zu. So ab 60 steigt die Kurve hoch und Suizidversuche nehmen im Alter ab. Es ist allerdings auch wichtig zu wissen, dass Suizide bei Kindern und Jugendlichen nicht so selten vorkommen. Man ist sich dessen selten bewusst. Aber die Statistik sagt, dass bei den 12- bis 24-Jährigen der Suizid die zweithäufigste Todesursache ist nach Unfällen. Das liegt natürlich auch daran, dass Kinder und Jugendliche weit weniger Krankheiten haben als Menschen höheren Alters, weswegen hier natürlich die Todesursachen generell weniger sind. Also es gibt weniger Auswahl sozusagen an Todesursachen. Und der Suizid ist auch deswegen, aber eben nicht nur deswegen, auf Platz zwei der Todesursachen. Das ist doch beeindruckend. Das also mal so für den Hintergrund. Einfach um sich bewusst zu machen, es ist wichtig darüber Bescheid zu wissen. Viele Menschen sind betroffen und viele, viele dieser Menschen brauchen Hilfe. Und diese Hilfe ist häufig nicht so kompliziert. Man muss nicht unbedingt ein Fachmensch sein, um die entscheidenden Schritte einzuleiten, die entscheidenden Hilfestellungen zu geben und damit eventuell ein Leben zu retten. Aber dazu später mehr. Auf etwas ganz, ganz Wichtiges möchte ich jetzt eingehen. Es gibt ziemlich viele Vorurteile beziehungsweise irrige Annahmen über Suizide. Zum Beispiel die Annahme, dass jeder ja selbst entscheiden könne, was er oder sie mit ihrem Leben anstellen wolle. Und dass man erwachsenen Menschen ihre eigene Entscheidungskraft nicht abnehmen dürfe. Hier sind wir im Grunde in einer ganz anderen Diskussion unterwegs, wenn wir beispielsweise über assistierten Suizid sprechen bei schwerstkranken Personen. Das oder diese Gruppe ist aber die kleinste Gruppe unter den Menschen mit Suizidgedanken. Bei ungefähr 90 Prozent der Suizide, also bei 90 Prozent der vollzogenen Selbsttötungen, liegen im Hintergrund psychische Erkrankungen vor. 90 Prozent der Menschen haben also mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eben nicht die freie Entscheidungskraft, sondern leiden unter einer psychischen Erkrankung, die es ihnen nicht möglich macht, zu differenzieren, den Blickwinkel wieder zu weiten, die Welt vielleicht mit anderen Augen zu sehen, sondern Menschen, die sich in Suizidstrudeln befinden, sind zu 90 Prozent sehr stark psychisch belastet. 40 bis 60 Prozent der Menschen von diesen 90 Prozent leiden unter Depressionen. Depression ist eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Darüber könnte ich an einer anderen Stelle nochmal eine extra Folge machen und hier auch nochmal den Zusammenhang zwischen Depression und Trauma darstellen. Wiederum 20 Prozent von den 90 Prozent sind alkoholkrank und 10 Prozent leiden unter Schizophrenien und weitere 5 Prozent jeweils an Angsterkrankungen oder sogenannten, heute nennt man sie nicht mehr so, aber noch immer wird es häufig so bezeichnet, an Persönlichkeitsstörungen. Also es ist total wichtig, dass wir von diesem Gedanken wegkommen, man müsse den Leuten doch ihre Wahl lassen. In diesem ganz häufig auftretenden Phänomen der Suizidalität geht es nicht darum, dass jemand frei und besonnen entscheidet, für mich ist das jetzt der richtige Weg, sondern dahinter steht eine psychische enorme Belastung in 90 Prozent der Fälle mit sogenanntem Krankheitswert, also wo Menschen dringend Hilfe brauchen, weil sie durch ihre sogenannte Krankheit lebensbedroht sind, vom Tode bedroht sind. Suizidalität trifft Menschen unterschiedlichster Gruppen. Es gibt ein paar Risikogruppen und zwar zum einen sowohl höchste als auch niedrigste soziale Schichten. Soziale Isolation oder Arbeitslosigkeit und auch existenzielle Bedrohungen sind Auslöser für Suizidalität. Auch chronische oder unheilbare Krankheiten können in die Suizidalität treiben und Suchterkrankungen ebenso. Wenn sich Lebensumstände stark verändern und Menschen in psychische Krisen geraten, kann es sein, dass in diesen ganz enormen Krisensituationen auch Suizidgedanken auftauchen und Menschen vielleicht tatsächlich suizidal werden. Das Alter führt tatsächlich zu einem erhöhten Risiko. Das heißt, man könnte sagen, alte Menschen sind suizidgefährdet aus unterschiedlichen Gründen. Alle vorangegangenen treffen hier unter Umständen so oder viele davon beispielsweise soziale Isolation, existenzielle Bedrohung, so etwas wie Altersarmut, Perspektivlosigkeit, Einsamkeit, Verluste und entsprechende Gefühle, die dadurch entstehen können. Es gibt auch ein paar Berufsgruppen, die von Suizidalität in einem enormen Maß bedroht sind. Und dazu gehören zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, Feuerwehrleute, also Menschen, die häufig in ihrem Berufsfeld der Gefahr der sekundären Traumatisierung ausgesetzt sind, also durch das Bezeugen von Trauma mittraumatisiert werden oder durch das Erzähltbekommen von traumatischen Umständen. Menschen, die enorm hohe Verantwortung tragen und die enormen Schaden anrichten, wenn sie Fehler machen. Diese Berufsgruppen sind in einer Risikogruppe zugeordnet. Wie schon erwähnt, sind Menschen mit Depressionen schwer gefährdet und da gibt es auch eine interessante Zahl dazu, nämlich dass etwa 15 Prozent aller Menschen, die wenigstens einmal wegen einer Depression in einer Klinik waren, versterben durch Suizid. 15 Prozent dieser Menschen. Und es gibt auch die Suizide, die in akuten Belastungsreaktionen geschehen, also wenn Leute in akute Krisen geraten, die sie als ganz unerträglich und ganz unentrinnbar empfinden, werden, sodass sie quasi in einer Kurzschlusshandlung einen Suizid vollziehen. Ja, nun ist die Frage, was tun? Was kann man tun, um Suizide zu verhindern? Woran kann man Suizidalität erkennen? Was tut man, wenn man betroffen ist und selbst suizidale Gedanken hat? Was kann man tun, wenn man jemanden durch Suizid verloren hat? Wie kann man Angehörige unterstützen? Darum soll es jetzt im Weiteren gehen. Nicht alle Suizide oder Suizidversuche kann man vorhersehen oder verhindern, aber es gibt dennoch einige Warnzeichen, die man beobachten kann im Verhalten von Menschen, die suizidal sind. Und es ist wichtig, dass wir die erkennen. Es gibt verschiedene Aufzählungen, verschiedene Zusammenfassungen von Erkennungsmerkmalen, woran man eben Suizidalität erkennen kann. Und diese mannigfaltigen Merkmale zeigen auch, wie individuell Suizidalität sich zeigen kann und dass es eben eine große Bandbreite gibt. Ich möchte hier ein paar Anzeichen nennen, also woran wir vielleicht erkennen können, dass jemand in eine suizidale Krise hineingerät. Und dann möchte ich natürlich darüber sprechen, was wir dann tun können. Also wir können beobachten bei Menschen, die in suizidale Strudel geraten, dass sie von einer starken Hoffnungslosigkeit ergriffen werden und dass sie in ihrer Wahrnehmung, wie zu Beginn schon erwähnt, immer eingeschränkter werden. Es immer weniger Hoffnung gibt, sie immer weniger kreativ Lösungen sehen oder finden können, dass sie eingeschränkt sind in der Wahrnehmung von Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Häufig ist in dieser Hoffnungslosigkeit das völlige Fehlen einer Zukunftsperspektive verzeichnet und auch, und das ist ein sehr wichtiges Merkmal, die Überzeugung für das Umfeld eine Belastung zu sein. Solche Aussagen wie, ihr seid ohne mich besser dran oder wenn ich nicht mehr da wäre, würde es meiner Familie besser gehen. Das sind große Warnzeichen. In dieser Hoffnungslosigkeit und in dieser Überzeugung, anderen zur Last zu fallen, darin steckt auch etwas weiteres ganz Wichtiges, was häufig in der Suizidalität eine große Rolle spielt, nämlich das Empfinden von Vernichten der Insuffizienz, also von dem Gefühl, absolut nicht zu genügen, nur noch eine Last zu sein, für niemanden gut zu sein, anderen zu schaden. Ja, also das Gefühl, keinen Wert zu haben, völlig ungenügend zu sein und deswegen besser weg zu sein. Auch die Äußerung, die konkrete Äußerung von Todeswünschen sind Merkmale für Suizidalität. Solche Aussagen wie, es wäre besser, wenn ich tot wäre. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr da. Oder auch sowas wie, ich will nur noch meine Ruhe. Ich will am liebsten gar nichts mehr fühlen. Ich will nur noch weg. Das können Aussagen sein, die auf eine Art Todessehnsucht oder eben tatsächlich Todeswünsche hinweisen, die uns auch hellhörig machen dürfen. Wenn wir beobachten, dass Menschen anscheinend irgendwie mit dem Leben abgeschlossen haben, wenn sie so wirken, als hätten sie einen Strich unter ihr Leben gezogen, wenn sie beispielsweise beginnen, Angelegenheiten zu regeln oder immer mehr ihres Besitzes zu veräußern, sich irgendwie zu entledigen von dem, womit sie verbunden waren, dann könnte das darauf hinweisen, dass vielleicht sogar schon ein Entschluss zum Suizid gefallen ist. Auch ein selbstzerstörerisches oder riskantes Verhalten mit einer ganz hohen Risikobereitschaft kann hinweisend sein auf eine vielleicht noch ganz unbewusste Suizidalität. Dass Menschen sich also selbstschädigend verhalten, scheinbar ohne darüber nachzudenken. Also dass wir vielleicht auch die Idee haben, wenn wir das beobachten, dass hier eine Dynamik von Selbsthass im Spiel sein könnte. Wenn Menschen sich zurückziehen von ihren Familien, von ihren Freunden oder von der ganzen Gesellschaft, vom Leben, von der Lebendigkeit, dann könnte auch das ein Hinweis darauf sein, dass sich ihre Wahrnehmung sehr eingeengt hat und sie sich bereits verabschieden aus dem Verbundensein mit dem Leben. Es kann auch sein, dass Menschen sehr sogenannt agitiert sind, also sich übererregt, aufgeregt verhalten, dass sie Angst haben, dass sie sich etwas antun könnten, dass sie beispielsweise die Sorge haben oder so etwas äußern wie, ich habe Angst, mich ins Auto zu setzen, weil da ist dieser Impuls, das Steuer rumzureißen und gegen den Baum oder gegen die Brücke zu fahren. Also es ist nicht immer so, dass die Suizidalität ganz klar und eindeutig ist, sondern manchmal scheint es Dynamiken zu geben, die wir vielleicht mit der Anteileperspektive ganz gut greifen können, in denen wir also beobachten, dass innere Anteile, Aspekte aus dem Unterbewusstsein einen starken Impuls geben, Suizidgedanken und Suizidideen ganz konkret werden und Menschen Angst haben, darüber die Kontrolle zu verlieren und diese Impulse nicht mehr regulieren und steuern zu können. Das ist ein großes Alarmsignal. Etwas, worauf wir auch achten müssen, ist, wenn Menschen Suizidandrohungen aussprechen bzw. Suizidideen äußern, wenn sie Bemerkungen fallen lassen, wenn sie uns damit sozusagen konfrontieren, dass wir darüber sprechen müssen. Es ist einer der größten Fehler zu glauben, dass Hunde die Bällen nicht beißen bzw. dass Menschen, die über ihre Suizidideen sprechen, es nicht tun würden. Das ist ein alter Irrglaube, der absolut nicht stimmt. Es ist hingegen sehr wichtig und auch erwiesen, dass es sehr wohl, sehr wichtig und hilfreich und unter Umständen lebensrettend sein kann, dass wir nach solchen Äußerungen konkret nachfragen. Dass wir also Menschen damit konfrontieren, dass wir sie hören und dass wir sie ernst nehmen wollen. Dass wir gerne eine Hand reichen wollen in ihre Gedankenwelt, um sie zu hören, um sie zu verstehen und um ihnen eben eine Hand zu reichen, die wieder in eine andere Welt führen kann, die eine Verbindung in eine Welt mit Hoffnung, Zuversicht und Gehaltensein darstellen kann. Nicht drüber zu sprechen ist also ein ganz großer Fehler. Aber ich komme noch dazu, was wir konkret tun können. Ich habe das nur jetzt schon einmal deutlich erwähnt, weil folgendes. Wir darauf gefasst sein dürfen, dass Menschen, die über ihren Suizidwunsch oder ihre Suizididee sprechen, sich bereits in einer Dynamik befinden, die eine gewisse Geschwindigkeit annehmen kann. Es gibt verschiedene Modelle zur Suizidalität und in einem Modell wird eine sehr wichtige Dynamik beschrieben, nämlich in dem Modell der Stadien der Suizidalität, wo wir drei Stadien unterscheiden. Das Erwägungsstadium, das Ambivalenzstadium und das Entschlussstadium. Also das Erwägungsstadium, in dem Suizidgedanken auftauchen, das kann lang gehen, dieses Stadium. Das Ambivalenzstadium ist das, in dem es Suizidimpulse bereits gibt. Und das Entschlussstadium ist das, in dem bereits der Entschluss gefasst wird und die Handlung vollzogen wird. Und ich möchte an dieser Stelle eben auf einen Punkt hinweisen, nämlich dass zwischen dem Ambivalenzstadium, in dem also Suizidimpulse da sind, und dem Entschlussstadium, in dem dann vollzogen wird, nur etwa 60 Stunden liegen. Also das ist eine kurze Phase, in der wir Menschen, wenn es nur irgendwie geht, erwischen sollten. Also wenn Menschen bereits Suizidgedanken äußern und uns darauf hinweisen, dass sie solche Gedanken haben, dann sind sie bereits in einem Stadium der Suizidalität. Zwar im ersten Stadium, aber in einem Stadium, das bereits in der Dynamik sozusagen seinen Platz hat, die zur Suizidhandlung führen kann. Lass uns jetzt einmal in Ruhe schauen, was wir als Außenstehende tun können, wenn wir so etwas mitbekommen, wenn wir wahrnehmen oder die Idee haben, jemand könnte suizidal werden oder sein. Sowohl als einfache Mitmenschen, Angehörige oder auch professionelle Begleiterinnen oder Begleiter. Also wichtig, wichtig, wichtig ist ganz, ganz, ganz deutlich die Tatsache, dass wir Suizidideen immer ernst nehmen müssen. Also wenn jemand so etwas äußert, dann ist es mit Sicherheit immer wichtig, das ernst zu nehmen, es nicht abzutun als einen dummen Spruch oder als eine Idee. Ich weiß, dass es Situationen gibt oder ja Persönlichkeitsstrukturen gibt, die leider auch enthalten, dass Menschen gewohnheitsmäßig Suizid androhen. Das ist dann ein Spezialfall sozusagen und damit ist sehr, sehr schwer umzugehen. Darauf gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ein. Aber wenn wir von jemandem, der belastet ist und der nicht, ich sage es mal so, gewohnheitsmäßig immer wieder mit Suizid droht, Suizidideen mitgeteilt bekommen, dann muss das immer ernst genommen werden. Und ernst nehmen bedeutet in diesem Falle eben, sich nicht abzuwenden, sondern sich der Person zuzuwenden und möglichst entspannt und offen neugierig zu sein. Also sich zuzuwenden, das Herz zu öffnen und zu sagen, oh, das habe ich gehört, das berührt mich, ich möchte gerne mehr wissen. Ich nehme mir Zeit, ich bin da und ich höre dir zu. Und ich frage dich, hast du in letzter Zeit schon mal häufiger diesen Gedanken gehabt, dir etwas anzutun? Was würdest du tun? Hast du konkrete Vorstellungen? Hast du schon mit jemandem darüber gesprochen? Drängen sich diese Fantasien auf, auch wenn du es nicht möchtest? Oder gibt es etwas, was dich so verzweifelt macht, dass du keinen anderen Ausweg siehst? Also wir fragen im besten Falle konkret nach und gerade auch diese direkten Fragen, was würdest du tun oder hast du schon konkrete Vorstellungen, sind keine Fragen, die in den Suizid treiben, sondern sind Fragen, die einem Menschen das Angebot machen, sich zu öffnen, um nicht mehr allein zu sein in dieser eingeengten Sicht, sondern wieder ein bisschen Kontakt aufzunehmen und dadurch auch wieder im Nervensystem-Kontext mehr in eine ventrale Energie zu kommen, statt nur in der eingeengten Stresswelt zu stecken, in dem Stresszustand zu stecken, der nichts anderes mehr zulässt, als so zu denken. Also wichtig ist, keine Scheu zu haben und dran zu bleiben und ein Vertrauter zu werden, eine Vertraute zu werden, die dran bleibt und die sagt, ich höre dich, ich nehme dich ernst und ich möchte nicht, dass du dir etwas antust. Du bist ein wertvoller Mensch, ich möchte dir helfen und deswegen höre ich dir zu. Und dann ist es auch schön, wenn wir fragen können, was es vielleicht gibt, was hilft. Also zu fragen, ob es da jemanden gibt im Umfeld, in der Familie, der Halt geben kann, der guttun kann, mit dem man Zukunftsideen hat oder Zukunftspläne. Auch das, um wieder den Blickwinkel zu weiten. Wenn du dir solche Gespräche nicht zutraust, wenn du das Gefühl hast, dass dir das viel zu viel ist und du Angst hast, etwas falsch zu machen, dann gibt es Möglichkeiten, sich beraten zu lassen und es gibt auch Möglichkeiten, Hilfsangebote zu finden, die hier dann einfach guttun. Und du findest in den folgenden Notizen in den Shownotes einen Link zu Hilfsangeboten, die zur Suizidprophylaxe da sind. Also schau dir das gerne einmal an oder speicher dir vielleicht auch diesen Link ab für den Fall, dass du mal in die Situation kommst, jemanden wahrzunehmen an dieser gefährlichen Klippe, die sich im Inneren auftun kann. Also was tun wir, wenn wir Suizidalität bei jemandem vermuten? Wir verbinden uns, wir wenden uns zu und wir suchen nach Hilfsangeboten, um eben diese Dynamik zu unterbrechen, die zu einer immer engeren Einengung führt, einer immer weiteren Zuspitzung, die letzten Endes dann lebensgefährlich wird. Was können wir denn tun, wenn wir selbst betroffen sind? Wenn wir vielleicht solche Gedanken bei uns selbst wahrnehmen? Das habe ich natürlich in der Praxis sehr häufig gehört. Ich habe einige Menschen mit schweren Depressionen begleitet. Ich habe Menschen mit sehr komplexen Traumafolgen begleitet und begleite sie noch. Und viele dieser Menschen haben suizidale Anteile in sich. Also Anteile, die so verzweifelt sind und so lebensmüde sind, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich ein Ende zu finden. Oder es gibt Anteile, die von selbst so erfüllt sind, dass sie einfach das Leben zerstören wollen. Manchmal gibt es Täterintrojekte, die Suizidalität ja sozusagen suggerieren, bring dich doch um, du bist doch nichts wert. Solche Sätze, die man vielleicht einmal gehört hat, können unter Umständen auch in Introjekten sozusagen konserviert sein, also präsent sein im eigenen Inneren. Wenn du das von dir kennst, dann finde ich es unbedingt wichtig und ganz, ganz höchstgradig angemessen, mit professioneller Unterstützung daran zu arbeiten. Diese Anteile brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung und sie brauchen Zeit und Halt, um sich aus ihrer sehr zugespitzten inneren Zustandslage herausentwickeln zu können. Also wenn du selbst betroffen bist, bitte ich dich, diese inneren Wahrnehmungen und Impulse ernst zu nehmen und dich um Unterstützung zu bemühen, damit deine inneren Anteile Hilfe bekommen. Wenn man selbst Suizidversuche in seiner Biografie hat, halte ich es auch für sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass das, was man in sich erlebt hat, was zu dieser Handlung geführt hat, gut aufarbeitet. Es gibt Menschen, die in der suizidalen Phase in Therapie sind, in Behandlung sind oder danach, um eben aus ihrer schweren Belastungsreaktion wieder rauszufinden und dann, wenn sie wieder hergestellt sind, dann endet die Therapie. Ein Suizidversuch ist aus meiner Sicht ein traumatisches Erleben, ein potenziell traumatisierendes Erlebnis und muss aufgearbeitet und integriert werden. Suizidalität ist etwas, was unter Umständen wiederkehren kann, auch wenn man das Gefühl hat, stabil zu sein. Wenn es unaufgearbeitete, suizidale innere Dynamiken gibt, dann kann es sein, dass diese unter gewissen Belastungen im Leben, unter gewissen Umständen, die ausreichend stressreich und schwer auszuhalten sind, wieder aufbrechen. Deswegen finde ich, dass Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben, Gott sei Dank überlebt haben, auch weiter zu begleiten und den Raum zu schaffen, dass das Erleben, das Erlebte aufgearbeitet werden kann. Wenn man nun jemanden durch Suizid verloren hat, dann ist das natürlich ein riesiges und ganz, ganz schweres Erleben. Es ist wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit dem, was gewesen ist, dass wir uns auseinandersetzen mit unseren Gefühlen, die damit zusammenhängen und die dadurch entstanden sind. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen und klar reflektieren, wenn wir uns schuldig fühlen, wie wir uns aus dieser Schuld wieder heraus befreien können, aus diesem Schuldgefühl. Denn selbst bei bestem Wissen und Gewissen und auch selbst mit großer Kompetenz kann es sein, dass es uns nicht gelingt, einen Suizid zu verhindern. Immer wieder suizidieren sich Menschen in psychiatrischen Kliniken beispielsweise, wo man das eigentlich sehen müsste. Und auch Menschen, die vielleicht an Depressionen erkrankt sind und die wir versuchen zu beschützen, können wir unter Umständen nicht beschützen, wenn die Suizidalität ihre Dynamik entfaltet. Es ist also wichtig, wenn wir jemanden durch Suizid verloren haben, dass wir versuchen, das Bild möglichst groß zu ziehen, also den Blickwinkel möglichst weit zu stellen, um verschiedenste Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sehen zu können. Den Faktor der psychischen Belastung, die im Hintergrund liegt, den Faktor der eingeengten Sicht, sodass man auch versuchen muss sozusagen, wenn man beispielsweise ein Angehöriger ist von jemandem, der durch Suizid verstorben ist, dass man es nicht persönlich nimmt, dass man nicht das Gefühl entwickelt, jemand hat mir etwas angetan, weil die Person, die sich suizidiert hat, nicht in der Lage war, wahrzunehmen, was sie einem anderen Menschen damit für Schmerz bereitet. Wie ich vorhin sagte, haben ganz viele Menschen, die suizidal sind, das Gefühl, es wäre besser, sie wären nicht mehr da und sie sind eine Last, solange sie da sind. Sie sind nicht in der Lage, zu abstrahieren und wahrzunehmen, was für einen furchtbaren Schmerz sie in anderen Menschen auslösen würden, wenn sie sich töteten. Also nicht es als persönlichen Angriff zu verstehen, ist wichtig, das zu prozessieren. Natürlich ist es auch wichtig, seine eigenen Wutgefühle dann zu prozessieren und zu integrieren, weil man auch sehr wütend werden kann auf jemandem, der sich das in Anführungszeichen, Zitat sinngemäß vieler Klientinnen und Klienten, die ich hatte, dass sich jemand das einfach erlaubt, sich hier rauszustehlen und vor den Problemen sozusagen abzuhauen. Also kurz gefasst oder anders gesagt haben viele Angehörige und Hinterbliebene häufig ein ganz komplexes Feld und einen ganz komplexen Mischmasch an Gefühlen, Gedanken und auch Überzeugungen zu bewältigen und zu verarbeiten, sodass ein Trauerprozess sehr komplex sein kann und auch eine gute Begleitung verdient hat. Ganz zum Schluss, um das hier abzurunden, möchte ich dir gerne unbedingt noch einmal sagen, dass Suizidgedanken nicht selten sind und dass wir etwas tun können, wenn wir Suizidgedanken ernst nehmen und Menschen mit Suizidideen auffangen. Ich möchte gerne damit schließen, dass ich Hoffnung machen möchte, dass auch viele, viele Menschen, die Suizidversuche hinter sich haben, ihre Geschichte, ihr Erlebtes gut integrieren können und sehr viel, ja ich sage es mal so, posttraumatisches Wachstum aus diesen Erlebnissen und inneren Dynamiken ziehen können. Es ist also nie zu spät, das sage ich so gerne und oft, zu heilen. Es ist nie zu spät zu integrieren, was noch nicht integriert ist und es ist immer richtig, die Hände auszustrecken, Menschen sich zuzuwenden und einander nicht allein zu lassen. Ja. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass ich dir mit dieser sehr vollgepackten Folge einiges an wertvollem Wissen herüberreichen konnte und dir auch Inspiration sein konnte, um, ja, vielleicht für den einen oder anderen Menschen einen Unterschied zu machen, der sein Leben zum Positiven verändert. Und so lade ich dich ein, zum Abschluss nochmal tief durchzuatmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du vielleicht den Podcast unterstützen möchtest, dann lade ich dich von Herzen ein, egal wo du gerade diesen Podcast lauscht, zum Beispiel mal auf YouTube vorbeizuschauen, einen Daumen hoch dazulassen und ein Kanal-Abo dazulassen. Die Abonnements von dem YouTube-Kanal helfen, der Mathematik im Hintergrund den Podcast als erwünscht wahrzunehmen und dann Podcast-Folgen vorzuschlagen auf YouTube. Und das hilft ganz wunderbar, dass dieses Traumawissen Menschen erreicht. Wenn du auf einem anderen Kanal lauschst, dann lass auch gerne dort irgendeine Reaktion da, zum Beispiel ein paar Sterne oder einen Kommentar oder irgendeine Spur deines Daseins. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung. Wenn du gerne keine Neuigkeit verpassen möchtest, wenn es vielleicht Veranstaltungen gibt, Webinare, einen neuen Kurs, einen Neustart von irgendeinem Kurs oder auch irgendwas anderes Schönes, dann lade ich dich herzlich ein, dich in meinen Newsletter einzutragen. Der kommt jeden Freitagmorgen ins Postfach geflattert, enthält keinerlei Spam-Gedöns, sondern ein bisschen was aus meiner Welt, immer die eben Hinweise auf Neuigkeiten und auch ein paar schöne, inspirierende Inhalte. Also schau gerne mal in die Folgennotizen, in die Shownotes rein. Dort findest du die verlinkten Podcast-Folgen und auch den Link zum Newsletter. Und ich freue mich von Herzen, wenn wir verbunden sind, auch auf dieser Ebene und dass wir verbunden sind überhaupt. Vielen, vielen Dank für dein Lauschen und alles Liebe. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Tschüss! Musik